Hallo! Hi, hi! Wie geht's euch? Gut, und dir? Du, aufgrund deines Sakkos in dieser komischen Farbe, ist mir aufgefallen, ja? Das ist doch gut, oder? Farben sind immer cool. Meine Lieblingsfarbe. Ja, das ist doch eine Frauenjackette, oder? Genau, das ist eigentlich eine Frauenjackette, aber es hat mir so gut gefallen und deswegen... Du hast einfach ein bisschen in den Laden rein und hast gesagt, ich möchte das haben. Genau, einfach anprobiert, hat gepasst, habe ich es mitgenommen. Also du heißt? Ich heiße Daniel, ich bin 28 Jahre alt und wohne in Mannheim. Okay. Und Mini-Muni? Hast du einen Job? Ich bin derzeit noch Student, noch drei Semester, dann bin ich Grundschullehrer. Machst du alle Fächer so ein bisschen, oder? Also am liebsten natürlich Musik. Okay, machst du auch Musik nachher, ja? Musik wäre auch. Ja, war ich gucken. Auf jeden Fall, deswegen bin ich hier. Und was singst du? Eins meiner absoluten Lieblingslieder, von High School Musical 3, ein Duett von Zac F. und Vanessa Hutchins. Oh mein Gott! High School Musical. Oh mein Gott! Genau. Und zwar Right Here, Right Now. Damit verbinde ich auch ganz viel. Nee, sing mal. Bleibt easy. Okay. Mega. Mach, 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 mach. Hau ihn um. Die sieht ja aus, als er ein Gefühl hat. Oder es ist eine Katastrophe. Nee, der kann nicht. Der kanns? Nee. Nee. Peter, das weiß ich auch nicht. Das sehen wir gleich. Haha. Mega. Ja, 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 ja. Can you imagine what would happen if we could have any dream I wish there's a moment without you own it and that I would never leave Then I would think that star made a wish come to you, oh yeah Cause she knows that where you are is where I should be too Right here, right now I'm looking at you and my heart loves to you Cause you mean everything Right here, I promise you somehow That tomorrow can wait Dieter meinte, I think it would be mega or it would be Katastrophe and it was Katastrophe Das waren super viele Töne, so schief, netter Typ, ja, aber singen war gar nichts Okay Ich hab richtig Angst, dass wir Probleme mit dem Arbeitsschutzrecht kriegen Wenn der Kameramann hier vorne, wenn der RTL verklagt, da verliert RTL, ja, aber alles inhalt Das ist, da brauchst du ja Schmerzensgeld Auch hier meine Wasser-Lady, die krümmt sich schon vor Schmerzen Oh Ja, oh Das war echt gruselig Ach so Ich kann ja wenigstens leise singen, aber du singst auch noch laut grausam Ich setz den Stempel drauf und sag Viermal nein Okay Danke dir Danke schön Tschüss Ja, okay, du findest selber raus, oder? Ja, aber das Sakko war top, also im Vergleich zu deinem Gesang